Das dürfte jetzt die vierte Partie am Abend sein und zum vierten Mal Bombe. Und damit hallo da seid's und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Ubisoft versucht die Bombenserie von Montag zu brechen, aber uns glaube ich sechs oder sieben Stück am Stück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zwei Clamors dabei. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Hat der Fuse. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Empfang und Klavierraum, der eigentlich Presseraum heißt. Mach's kaputt. Geht nicht. Nee, geht nicht. Geht nicht. Ich hab keine Fragen, ob er's kaputt macht. Oh, da ist er ja. Hast du überlebt? Nee. Nee, ist keine Kamera entfacht, glaub ich. Vigil, Vigil, Vigil haben sie, ne? Vigil. 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 Glaub ich, Frau, sollen sie auch haben. Born people. Gelang zu der Bombe und in Schaffung. Wo denn? Schauen. Vielleicht oben schon mal nicht. Beim Klavierraum sieht's auch nicht da noch aus. Ich würd ganz gern mal ein Ace mit einer Fuse-Ladung machen. Mach doch. Das schaff ich jetzt. Gott, hier geht was auf. Ja, haben wir mal da drauf. Okay. Hab irgendwas angekratzt. Nichts zerstört, nur angekratzt. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Entschärfer ist jetzt gesichert. Ist der Nummer. Wachsam bleiben. Frau. Wer das sitzt, gell? Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Ja. Entschärfer wurde zurückgeholt. Vigil ist, dass der grad umgebracht hat. Schweinsatz ist fertig. Vigil bei mir oben. Hat mich leider. Hat ihn angeschossen. Dreiviertel Energie noch. Beendet haben sie noch. Und jetzt ein Kopfschuss. Drauen nutzt los. An der Wendeltreppe ist jemand zu hören. Ja. Der Wätschel. Sind beim Automat. Na, gab's schon Garage draußen. Noch einer oben. Links. Serafina. Zwei bei Serafina, wenn du Trepp unten. Bleiben. Nein. Nein. Voll in das Stein da geschossen. In das Stein. Ich hab eigentlich genau auf seinen Kopf getroffen. Marmor und Gestein bricht. Aber der Kopf von Vigil nicht. Ups. Ich hab ihn aber getroffen. Hm. Hm. Hast du jemanden auswählen wollen, der gerade ausgewählt wurde? Ja, Jekyll. Dann hast du Amaru bekommen. Ja, Mann. Musst du echt aufpassen. Oh, guck mal, wie nett. Was, Sophia, der? Finger weg von Sau. Ich fahre mal hoch. Ja, wir. Ah, so. Presse. Jörg, Abstrau. Wittschlund, Fragezeichen. Fragezeichen noch. Ich hab keine Ahnung. Kann ich jetzt in den Mülleimer springen? Mach das. Ey, der hat sich bewegt. Auf jeden Fall schon mal an. Mach die Kamera da oben schon mal. Einsatz in zehn Sekunden. Fünf Sekunden bis Einsatz. Nicht so dicht am Rand, da ist nicht so viel. Hm, ich gehe lieber in die Mitte vom Spielrad. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Oh, hier schon wieder ein Kopfschuss beim Teamkollegen. Alle Außenkameras kaputt. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Brennst du aus auf dem MG, wo du grad rein, äh, hin willst. Aber nicht oben. Nichts zerstört. Das sind gelbe Fußabdrücke und rote, der ist hier in Wattklau. Hm. Könnt ihr mal reinfusen? Hab ihn, hab ihn. Oh, schade. Dann fuse ich mich da rein. Krap, schrauben sie noch. Sprengsatz vorbereitet. Treppenhaus sind noch jede Menge Fußabdrücke. Ja, da ist auch jemand. Ne, das war grad Kram von... Ah! Hier, gelber Ping ist jemand. Da, wo die andere Bombe immer ist. Mist, hat mich vor mir am Getränkautomat. Gelber Ping. Grabstuhl, gelber Ping. Da war ein Klapphaus. Ich hab schon erlebt noch. Die war zuletzt auch nach oben. Bandit ist Richtung... Bandit, Garagentreppe. Ja. Oh Gott. Ja, das ist ein Minus. Letzter verbleibender Gegner. Markiert. Komm, haben wir mal einen Schieß drauf. Ah. Jetzt. Dann kriegst du nicht auf. Er ist aktiviert. Beschützt ihn, um ihn zu treiben. Gegner neutralisiert. Eigner Druck erfolgreich. Budget Abschwung. Bitte nicht über Kreuz. Bitte nicht über Kreuz. Jawohl. Oder? Hm? Hat da einer von euch Krap reingekillt? Hast du doch... Hast du doch... Woll grad sagen. Oder? Weil du hast den zuerst angesagt. Die Bomben schützen. Mehr oder weniger. Aber Witcher hat... Ich hab zuerst gespielt. Ich weiß nicht, wie viel ich in der ersten... Die Gegner haben eine Bombe sogar probiert. Zwei. Magazinwechsel! Ja, ich auch. Böses Auge einsatzbereit. Das wäre gut. Böses Auge einsatzbereit. Böses Auge einsatzbereit. Böses Auge einsatzbereit. HVS ist einsatzbereit. Es bleiben fünf Sekunden. Böses Auge einsatzbereit. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. HVS ist einsatzbereit. Hm, alle Außen Kameras kaputt. Karli haben sie. Ah, bei der Windeltreppe ist jemand schon unten. Noch jemand, Windeltreppe, Serafina? Da, wo die Tür ist, zum Keller. Auf der Seite. Bei mir ist auch jemand, Hawkeye. Garage-Treppe. Gelbe Ping. Wie gesagt, einer nach Garagentreppe, Hawkeye. Hier ist noch jemand bei mir. Jekyll ist hier bei mir noch saßen. Bei mir ist auch noch einer. Das ist wie Hammermann. Jekyll ist wieder in der Runde, da im Keller. Komm gleich wieder hoch. Oh, ne, doch nicht. Da unten jetzt. Wieso? Was ist hier? Warum muss das mit dem Hinkeln? Gut, mir leid. Rechts ist er. Die große Tür ist auch offen. Ich hätte es immer noch rechts. Nur noch ein Gegner übrig. Der Pistole. 35 noch. Nichts in der Kamera zu sehen. Ein Operator des eigenen Trottes verbleibt. Also das bei mir vorne. IQ. Automat. Ne, Automat ist nichts. Dein Hauptsache. Gut das Fenster von der Wendeltreppe. Okay. 15 Sekunden noch. Er ist jetzt, kommt jetzt drin, ist drin. Nee, nee, schon. Und das Alter siegt. Danke für die Ansage. Verletzt geschossen. Da hat kein Schuss gehört gerade. War auch nur einer, also einer, der sie verletzt hat. Ich glaube zwei sind raus. Klang ja noch drei. Das war gar nichts zu hören in der Kamera. Aber jetzt bitte gewinnen. Kann ich mal eine Siegerpose zeigen. Warst du dir dann eine Maske an, Herr? Mhm. Was ist denn jetzt los? Hey. Bombenlupen sind zu. Nur noch zehn Sekunden. Oh, das war knapp, Lesion. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Na, jetzt macht der da zu. Hat er jetzt mein Loch zugemacht? Nee, hier war noch keins. Der Stacheldraht ist bereit. Scheißdreck. Ich grapfe mal hier. Maverick haben sie. Also ich kann gleich nochmal grapfen, ne? Okay. Da sind alle noch draußen, die Feiglinge. Vor allem Maverick, der Arsch ist jetzt direkt vor mir. Ich treffe den nicht. Maverick an der Garagentür. Am Tor. Scheiße, Jackie hat ihn. Maverick brennt jetzt Garage auf. Hä, wo denn? Ach, da oben. Hä? Blöder Arsch. Gelber Ping. Maverick Loch. Treppe, Garage. Warum? Hockey, tut mir leid. Ist ja auf jeden Fall der Hockey umgeschossen. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Ich wurde eigentlich mal woanders getroffen. Garagentreppe, Slärm, Holzlärm. Hier ist offen. Dronne fährt vor, Garagentreppe, fährt wieder hoch. Ist jetzt drin. Und rotmackage. Hier hinten selber ist unter von der Lupe. Ja. Vorsicht, Seraphina. Küchentür hinten, ja. Wenn du was vorkommst, kann ich das sagen. Blackbeard ist jetzt Wendel-Clappel. Da müsste noch ein zweiter sein, glaube ich. Das hörte sich so an. Die Kamera ist aber kaputt jetzt. Oh, ich hab noch. Ja, anders lassen. Links von der Tür hockt einer. Guck du da woanders hin. Sie hat aufgeschossen. Blackbeard, auf der Seite. Einen, der des eigenen Trupps verbleibt. Ich weiß nicht. Durchs Loch, bestimmt aufgemacht. Durch die Küche. Oh nein. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Tja, hätte lesion mal nicht die falsche Verstärkung, die falsche Ecke verstärkt, dann wäre das Loch auch weiter an der Ecke gewesen. Den Bereich sichern, die Bomben weiterschützen. Böses Auge ist bereit. Halt für etwas Ablenkung. Böses Auge ist bereit. Zugangschwerte. 10 Sekunden noch. Überkommen. Es bleiben 5 Sekunden. Krebsscharfe Macht. Türen auf. Haltet Ausschau nach Gegnern, die eure Bomben entschaffen wollen. Seien, erleben Sie eine Überraschung. Ash haben sie. Amaru haben sie. Achtung, die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Nein, was genau? Eine Bombe wurde von den Gegnern lokalisiert. Warum muss der Typ jetzt da hochkommen, ey, Mann? Luca offen über B. Amaru ist da noch jemand oder hat Amaru umgebracht? Okay, links, links, links irgendwo bei dir, links irgendwo, links. Er ist doch links da oder bei Seraphina, meinst du, meinst du es denn? Na, bei dir da, links. Ja, links da. Nicht da, wo du hinguckst. Hinter dir. Hinter mir ist aber nicht links, da ist hinter mir. Du sollst ja auch nicht nach links drehen. Jetzt ist er hier, wenn der Treppe. Wenn der Treppe. Leck rein. Ja, da ist er ja. Scheiß, Teig. Du musst aber links gucken. Da ist noch zu. Leck. Äh, kommt noch. Garage? Ne, ist, äh... Ah, da ist ein Loch. Ach, scheiße. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Ach, das Loch noch größer, obwohl es kaum größer wird. Hä, war da eine Clamour, weil da war ein Laser auf dem Boden. Eigentlich war die Kapka-Mine. Die kann man durch Jackals Visierung sehen. Okay. War der Laser der Mine zu sehen. Also eine Clamour kann da nicht gestanden haben. Ich hab mich ja, hab mich ja mal vor einer Minute oder so umgedreht. Heißt, die Lucke aufgemacht wurde, um zu gucken, wer da hinter mir steht. Und ich glaub, da hat er grad was angebracht. Auf jeden Fall war da grad ein Laser zu sehen. Vielleicht war es aber auch einfach ein Bug. B-U-C-K. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. 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 Vielen Dank.